Hallo und herzlich willkommen zurück bei den ESL One Cologne 2016 Group Predictions und wir sind in der Gruppe D, die Hammer Gruppe D. Ja, da sind vier Hammer gute Teams drin und zwei müssen leider nach der Gruppenphase schon nach Hause gehen und zwar die Brasilianer von SK Gaming sind hier dabei, Fnatic, Faceclan und G2 Esports, die in der Quali ein bisschen geschwächelt haben, aber dann in der ECS wieder voll aufgefahren sind und dann das Ganze auch gewonnen haben, unter anderem auch gegen Fnatic 2.0 und SK Gaming 2.0 gewonnen haben jeweils. Sie müssen auch im ersten Spiel dann gegen SK Gaming antreten, SK, die ja vorher noch unter dem Banner von Luminosity Gaming angetreten sind im letzten Major und jetzt ganz frisch zu SK gewechselt sind. Da gab es auch noch irgendwie ein bisschen Knatsch und so zwischen den Organisationen und den Spielern, glaube ich, irgendwie, da wurde man sich irgendwie nicht so ganz einig. Auf jeden Fall ist das erste Spiel dann gegen G2 Esports und da kommt es so ein bisschen auf die Map drauf an. Ich glaube, wenn es auf den Kabel oder auf den Train geht, hat SK ganz gute Chancen, aber wenn es auf Overpass das 2 oder Cash irgendwie, wobei Cash wird, glaube ich, von SK eh nicht wirklich gespielt. Nuk wird wahrscheinlich gebannt werden von SK. Man weiß, dass G2 die Map spielt und sogar gut spielt. Also kommt es ein bisschen darauf an. Ich sehe leichte Vorteile im Map-Pool jetzt in dieser Partie für G2. Ich denke, G2 wird dieses Spiel 1 zu 0 gewinnen, aber wie gesagt, wenn der Map-Randomizer da auf den Kabel oder auf den Train geht, hat SK eigentlich dann doch auch ganz gute Vorteile und könnte das schaffen. SK sind ja auch die Titelverteidiger, also man erwartet eigentlich, dass sie hier nicht in der Gruppenphase scheitern. Das zweite Spiel findet statt zwischen Fnatic und Face Clan. Beide Teams haben auch schon in der E-League gegeneinander angetreten. Da konnte Face eine von vier Maps gewinnen, die anderen gingen an. Und Fnatic unter anderem auch ein 16 zu 0 auf Kabel. Ja, Face zwar eine sehr gute Qualifikation gespielt, hat da 3 zu 0 gewonnen, kein einziges Map verloren, kein einziges Spiel verloren. Und ja, gegen Fnatic ist natürlich eine andere Liga. Fnatic schwächelt zwar momentan so ein bisschen. All-of-Meister war ja lange verletzt und ist jetzt wieder mit dabei. Da war aber auch in der ECS teilweise Koordinationsfehler, die man sonst von Fnatic nicht so kennt. Also ich weiß nicht genau, wie gut sie jetzt sind und muss man dann sehen, wie sie durch diese Gruppe hier durchkommen. Also es kann durchaus sein, dass Fnatic in der Gruppenphase hier scheitert. Das wäre natürlich eine Riesensensation, aber naja, bei dieser Gruppe, da kann alles passieren. Und auch in dem Best-of-One kann alles passieren. Also Face würde ich jetzt hier auf keinen Fall, ja, direkt mal abschreiben. Aber ich denke, der Favorit ist auf jeden Fall Fnatic und die Vorteile liegen auch bei Fnatic. Ich denke, Fnatic wird dieses Spiel gewinnen. Dann haben wir im Winner-Bracket, haben wir G2 gegen Face, wenn meine Predictions soweit zutreffen. Also es ist wirklich open, was da genau passiert. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass G2 gegen Face im Winner-Bracket, äh, gegen Fnatic im Winner-Bracket antreten wird. Und, ja, da ist es die Frage. Wie gut kann G2 ihr Potenzial abrufen? Also es ist generell die Frage, ob sie das in diesem Major können. Also sie sind ja auch gut dafür bekannt, dass sie mal im Major ein bisschen joken. Sind bis jetzt in den letzten paar Majors auch immer in der Gruppenphase ausgeschieden. Wobei da war noch Existence mit dabei. Ich weiß nicht, wie weit das eine Rolle gespielt hat. Aber sie sind auch auf jeden Fall schon dafür bekannt, dass sie jetzt nicht das konsistenteste Team sind. Es kann auch durchaus sein, dass sie einfach mit zwei Spielen verlieren und als Erste rausfliegen. Aber wenn sie so spielen wie in der ECS, müssten sie eigentlich auch gegen Fnatic wieder gewinnen. Also es war wirklich auch eindeutig, zumindest was sie da auf Overpass abgezogen haben. Es kommt auch ein bisschen auf den Map-Randomizer drauf an. Ich glaube nicht, dass Fnatic es sich nochmal auf Overpass auf ankommen lässt. Also sie haben ja lange nicht so eine Schelte gekriegt, wie da gegen G2 in der ECS. Aber auch hier sehe ich die Map-Vorteile leicht bei G2. Vor allen Dingen, da sie auch Nuke mitspielen. Das heißt, Fnatic würde wahrscheinlich auch Nuke bannen müssen. Außer sie stecken jetzt da noch jede Menge Arbeit mit rein. Also es kann auch durchaus sein, dass einige Teams hier Nuke noch so ein bisschen als Ass im Ärmel haben. Und dann, ja, dass sich für das Major aufbewahren. Aber ich sehe die Vorteile aktuell leicht bei G2. Ich denke, G2 wird hier als Gruppensieger rausgehen. Zumindest, wie gesagt, wenn sie die Form von der ECS beibehalten können. Das steht natürlich noch in den Sternen, ob das so ist. Im Loser-Breaket, denke ich, wird Faze leider rausfliegen gegen SK Gaming. Und dann im Consolidation-Match SK gegen Faze. Was viele eigentlich schon als Finale betrachten würden. Das wird auf jeden Fall ein spektakulierendes Best-of-3 zwischen SK Gaming und Fnatic. Und ich denke, da Fnatic aktuell nicht allzu konsistent ist, sehe ich die Vorteile leicht bei SK Gaming. Und, ja, denke SK und G2 werden dann hier die Plätze von der Gruppe D in den Viertelfinals einnehmen. Das war's mit den Predictions hier für die Gruppenphase. Wenn euch das Format gefällt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann werde ich sicher auch für die Viertelfinals das weiterziehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.